Der Schnee zwingt dem Leben seine Bedingungen auf. Die Welt der Tiere steht Kopf. Schuld sind Milliarden winziger Wunderwerke, von denen keines dem anderen gleicht. Und wir träumen von weißer Weihnacht, die doch früher viel häufiger war, oder? Woher kommt der Weihnachtsmann? Und was ist mit den Hinweisen auf fliegende Rentiere? Namen zusammen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Am besten gar nicht, sagen die einen. Für die ist ja Schnee auch nur eine besondere Form von Wasser. Und als Matsch und Glatteis auf den Straßen natürlich überhaupt nicht gewollt. Andererseits, der erste Schnee, das ist doch ein Zeichen. Ein Zeichen für die kommende Weihnachtszeit, für die stille Zeit, für die Adventszeit. Und die Wintersportfreunde, die freuen sich ja auch. Endlich Schnee, endlich können wir losziehen. Und während die sich an Pisten und Hängen mit Ski und Rodel vergnügen, muss sich die Flora und Fauna mit Schnee und Eis auseinandersetzen. Wer im Schnee überlebt, verfügt über besondere Fähigkeiten. Mit der Kälte und dem Nahrungsmangel kommen nur Spezialisten klar. Winterschläfer gehen den Strapazen der dunklen Jahreszeit aus dem Weg. Geschützt in einer Höhle zehren Murmeltiere von ihren Fettreserven. Um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, können sie die Zahl der Herzschläge auf ein Hundertstel reduzieren. Gämsen dagegen stellen sich den Herausforderungen. Minus 30 Grad Celsius sind jetzt in den Alpen nachts keine Seltenheit. Doch das Fell der Tiere ist nun besonders lang und dicht. Durch den tiefen Schnee voranzukommen, kostet Kraft. Vor allem für das Gams Kitz. Es muss erst lernen, wie man so eine tiefe Stelle am besten durchquert. Wenn das Junge den Anschluss verliert, ist es in großer Gefahr. Noch rechtzeitig gelingt es dem Kleinen, sich zu seiner Mutter zu retten. Lawinen gehören zu den größten Bedrohungen für die Tiere. Sie werden bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell. Gämsen könnten ihnen hier nicht entkommen. Auf der Suche nach Futter müssen die Tiere aber hoch hinauf. Und dabei lawinengefährdete Hänge überqueren. Doch erstaunlich wenige Gämsen werden Opfer von Lawinen. Eine ältere Gams kämpft sich durch ein Schneefeld. An dieser Stelle gehen immer wieder Lawinen ab. Ihr Instinkt führt sie auf eine sichere Route. Erst wenn die Leitgams die Gefahrenzone durchquert hat, folgen die anderen Tiere der Gruppe. Einzeln begeben sich die Gämsen nun auf denselben Pfad. Auf diese Weise wird die Schneedecke weniger stark belastet. Zusätzlich verringern die Tiere instinktiv das Risiko, dass eine Lawine das ganze Rudel mitreißt. Sind Nadeln und Triebe in Reichweite weggeknabbert, müssen die Tiere die Steilhänge hinauf. Hier hat der Wind den Schnee weggeblasen. Das freigewehte Gras ist zwar gefroren, doch gleich daneben, unter dem Schnee, finden die Gämsen Futter. Denn dort war das Gras vor Frost geschützt. Die verblüffenden Verhaltensmuster haben sich über lange Zeit aus Erfahrungen heraus entwickelt. Sie sichern den Gämsen das Überleben im Schnee. Bis vor 4000 Jahren kamen die Gämsen noch bis ins Flachland herunter. Das belegen archäologische Funde in den Mittelgebirgen von Deutschland und Frankreich. Das Hochgebirge ist also ein Rückzugsraum. Und dort gefährden natürlich herabfallende Steine und Felsen und im Winter eben Schneelaveen die Gämsen. Sie hat sich aber an diese neue Gefahrenquelle angepasst. In ganz besonders strengen Wintern gefährden dann auch noch der Futtermangel die Gämsen. Also für die meisten Tiere, sofern sie sich nicht dafür entscheiden, sich in wärmere Gefilde abzusetzen, ist die kalte Jahreszeit eine echte Herausforderung. Es gibt aber auch Tiere, für die beginnt das richtige Leben erst so richtig im Winter. Für die Lemminge im hohen Norden sind Sommer und Herbst schwierige Zeiten. Die Tiere haben viele Feinde. Schneeäulen zum Beispiel. Lemminge sind ihre Leibspeise. Im Winter wendet sich das Blatt. Unter dem Schnee sind die Lemminge vor den scharfen Augen der Eulen sicher. Nun beginnt die Hochsaison der Nagetiere. In Hohlräumen unter der Schneedecke bauen sie ihr Winternest. Anders als ihre Jäger vermehren sich die Lemminge gerade jetzt. Im Schutz des langen Nordwinters bekommen sie mehrmals Junge. Und das, obwohl sie sich in dieser Zeit nur von spärlichem Grün ernähren können. Die weiße Pracht wirkt wie eine Dämmschicht. Frisch gefallener Schnee enthält etwa 90 Prozent Luft. Der hohe Luftanteil sorgt dafür, dass Temperaturschwankungen an der Oberfläche nur langsam in den Schnee eindringen. So lässt es sich unter einer dicken Schneedecke gut leben. Eine Schneeschicht von 60 Zentimeter Dicke und mehr beschert auch Mäusen eine wohnliche Umgebung. Sie sind damit vor den harschen Außenbedingungen komplett geschützt. Selbst wenn die Temperatur draußen auf minus 30 Grad absinkt, herrschen unter dem Schnee noch über 0 Grad. Doch vor manchen Feinden sind Mäuse selbst unter der geschlossenen Schneedecke nicht sicher. Der Rotfuchs mit seinem exzellenten Hörsinn kann ihnen auch jetzt noch gefährlich werden. Wenn der Schnee an der Oberfläche antaut und dann wieder gefriert, werden die Karten neu gemischt. Lemminge sind sehr erfolgreiche Nager, nicht zuletzt wegen ihrer Strategie im Winter. Und so erhöht sich ihre Bestandsgröße alle vier bis fünf Jahre so sehr, dass viele von ihnen ihre Heimat verlassen und sich auf die Suche nach neuen Lebensräumen begeben müssen. Aber tausende von Lemmingen machen sich gemeinsam auf den Weg und wandern in großen Gruppen aus. Dabei kommen eben viele von ihnen ums Leben. Und so hat sich die Legende vom Massenselbstmord der Lemminge gebildet, die allerdings jeder Grundlage entbehrt. Das am besten an den Winter angepasste Säugetier, das ist das Rentier. Es ist wirklich perfekt ausgestattet für Väterchen Frost. Und da erstaunt es natürlich überhaupt nicht, wenn man sieht, welche tolle Karriere es hingelegt hat. Hier im Norden machte sich einst der Weihnachtsmann auf die Suche nach einem Gehilfen. Und wurde fündig. Unter all den möglichen Zugtieren hat er das Rentier ausgewählt. So ungewöhnlich das auf den ersten Blick erscheint, so überzeugend ist seine Wahl auf den zweiten Blick. In Nordeuropa und Sibirien werden Rentiere in großen Herden von Nomadenvölkern gehalten. Lange Wanderungen zu den Futtergebieten sind sie gewohnt. Das macht sie zu ausdauernden Läufern. Ihre Hufe haben sich hervorragend dem Schnee angepasst. Die Klauen der Hufe lassen sich weit spreizen. Dank der großen Auflagefläche sinken sie weniger tief in den Schnee ein. Dazu sind Rentiere extrem unempfindlich gegen Kälte. Selbst minus 50 Grad Celsius überstehen sie ohne Probleme. Und noch eine Fähigkeit könnte dem Weihnachtsmannsee entgegenkommen. Bei schwierigen Sichtverhältnissen behalten Rentiere den Durchblick. Anders als Menschen können sie auch im Ultravioletten sehen. Tierfälle, aber auch Moose und Flechten heben sich für sie deutlich vom Schnee ab. Nur eine Fähigkeit bringen Rentiere nicht einmal ansatzweise mit. Fliegen. Der Legende nach sollen sie aber genau das können. Forscher vermuten einen Zusammenhang mit Pilzen, die nicht nur von den Tieren genossen werden. Auch die Schamanen der Nomadenvölker berauschten sich einst damit. Fliegende Rentiere? Eine Drogenfantasie aus Sibirien? Wer auch immer die Geschichte zuerst geträumt hat, aufgeschrieben wurde sie ganz woanders. 1823 in Amerika, in einem Vorort von New York. Der junge Orientalistik-Professor Clement Clark Moore veröffentlichte das Gedicht »Es war die Nacht vor Weihnachten« in einer unbedeutenden lokalen Zeitung. Wir wissen nicht, warum Clark Moore ausgerechnet Rentiere wählte. Doch für das Fliegen gab es einen praktischen Grund. Um verschlossene Türen zu überwinden, musste der Weihnachtsmann auf dem Dach landen und durch den Kamin einsteigen. Sein Gedicht gehört heute zu den bekanntesten Zeilen der gesamten amerikanischen Literatur. Seitdem ist der Weihnachtsmann in Nordamerika unzertrennlich mit dem Rentier verbunden. Und auch bei uns sieht man ihn immer häufiger den Rentierschleppen nehmen. Das sind ja schon echte Erscheinungen, die Rentier. Bis zu anderthalb Meter Schulterhöhe, bis zu sechs Zentner Gewicht. Aber so windschnittig sehen sie ja nicht aus. Und dass diese Kolosse über herausragende Flugeigenschaften verfügen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ist das dann jetzt alles nur Schamanenwahn mit den fliegenden Rentieren? Wenn man wissenschaftlich korrekt wäre, zu sagen, bis heute haben wir keine fliegenden Rentiere irgendwo entdeckt. Aber es gibt ja noch 300.000 Spezies von lebenden Organismen, die sind gar nicht klassifiziert. Gut, die meisten davon sind Bakterien und Insekten. Aber mit letzter Sicherheit lassen sich eben fliegende Rentiere nicht ausschließen. Zumal vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten ein Zwischenfall passierte, da sind ernsthafte Wissenschaftler in ernsthafte Zweifel geraten. 2008. Ein Militärstützpunkt in Florida. Eine Trainingsmaschine startet zu einem Übungsflug. In 450 Metern Höhe passiert es. Eine Kollision in der Luft. Doch dem Piloten gelingt es, die Maschine sicher zu landen. Ein Washingtoner Forschungslabor untersucht alle Vogelschlagunfälle des Militärs. Doch diese Untersuchung sollte für Aufregung sorgen. Das Blut von der Einschlagstelle stammt nicht von Vögeln, sondern von einer Art Hirsch. Doch das Ergebnis war eindeutig. Die Fantasie der Ermittler begann zu blühen. Es war wenige Tage nach Weihnachten. Könnte ein fliegendes Rentier in den Unfall verwickelt worden sein? Vielleicht auf dem Weg zurück nach Hause? Unfälle mit Vögeln sind in der Luftfahrt keine Seltenheit. Experten gehen von jährlich 10.000 Kollisionen allein in den USA aus. Am häufigsten kracht es während Start und Landung. Unfälle mit Hirschen sind selten. Doch es gibt sie. Gelingt es den Tieren, die Flughafenzäune zu überwinden, können sie startenden oder landenden Flugzeugen in die Quere kommen. Doch der mysteriöse Unfall hat nachweislich in der Luft stattgefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Noch einmal wird der Abstrich von der Einschlagstelle genau untersucht. Tatsächlich finden die Ermittler hier eine neue Spur. Eine sogenannte Barbula. Eine Feder besteht aus einem Federkiel und Federesten. Ineinander verhakte Barbulä sorgen für die notwendige Stabilität. Um die Herkunft von Federteilen zu bestimmen, besitzt das Institut eine große Sammlung an Vögeln. Doch die Ermittler müssen zuerst wissen, wo sie mit der Suche beginnen sollen. Florida im Winter. In 450 Metern Höhe. Welche Vögel sind dort unterwegs? Die Ermittler tippen sofort auf Geier. Sie brauchen die große Flughöhe, um nach Aas Ausschau zu halten. Zu der Jahreszeit gibt es hier nur zwei Geierarten. Den Truthahangeier und den Rabengeier. Die Federproben unterscheiden sich so deutlich wie die Vögel selbst. Der Truthahangeier hat fast durchsichtige Barbulä. Die des Rabengeiers sind dunkel gefärbt. Wie die Barbula aus dem Flugunfall. Damit können die Ermittler den Fall rekonstruieren. Geier ernähren sich von verendeten Tieren. Ein Rabengeier hatte sich an einer Hirschart satt gegessen. In seinem Magen befand sich nun Blut aus dieser Mahlzeit. Als es zum Unfall kam, war dies zufällig das einzige Blut, das am Flugzeug gefunden wurde. Sollte es vielleicht doch fliegende Rentiere geben, und wir kennen sie nur noch nicht, so dürfte dieses Ergebnis für ihn eine große Erleichterung sein. Keine seiner Zugtiere kam hier zu Schaden. Also man kann die Winterkritiker ja schon verstehen, dieses morgendliche Kratzen, das nervt. Und nur den wenigsten, den wenigsten Frühkratzern und Schneeschieber ist die Muße gegeben, sich die Schneefleckchen mal genauer anzugucken. Dabei wird es sich lohnen, denn jede Flocke ist ein Einzelstück, ein Unikat made by nature. Und da könnte man eigentlich auch beim morgendlichen Fenster freikratzen und Schneeschieben ins Träumen kommen. Woher diese kleinen Flöckchen wohl stammen? Die Antwort auf die Frage steht in den Wolken. Meteorologen fliegen mitten hinein in das Zentrum, dort wo vielleicht gerade jetzt Schnee entstehen könnte. An Bord Messinstrumente zur Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn feuchte Luft auf sehr kalte Luftmassen trifft, stehen die Chancen gut, dass sich Kristalle bilden. Kunstwerke aus Eis. Jedes wächst zu einem Einzelstück. Es beginnt mit einem Kristallisationskeim wie einem Staubkorn. An ihm sammeln sich Wassermoleküle zu einem unter 0 Grad kalten Tropfen. Er gefriert zu einem Plättchen. Sinkt es in eine minus 30 Grad kalte, mit Wasserdampf übersättigte Schicht, gefriert die Feuchtigkeit an seinen Rändern so rasch, dass es hohl bleibt. Anders, wenn es zufällig in eine doppelt so feuchte, aber nur minus 15 Grad kalte Schicht fällt, dann friert die Feuchtigkeit an seinen Ecken fest. So sammelt schon ein nur ein Millimeter großer Schneekristall rund 100 Trillionen Wassermoleküle. Die Bedingungen, denen er auf seinem Weg begegnet, machen aus ihm ein Unikat. Auf ihrem Weg stoßen Schneekristalle zusammen. So entstehen Schneeflocken. Wenn sie schwer genug sind, fallen sie aus den Wolken. Forscher wollen herausfinden, bei welcher Temperatur und Luftfeuchte bestimmte Formen wachsen. Im Kältelabor des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos züchten sie Schneekristalle unter kontrollierten Bedingungen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, all diese Formen sind im Grunde sechstrahlig symmetrisch. Warum wachsen Schneekristalle immer sechseckig? Das Rätselnlösung steckt im besonderen Baustein, genauer in der Form der Wassermoleküle. Beim Gefrieren verbinden sie sich über sogenannte Wasserstoffbrücken. Dabei ordnen sich je sechs Moleküle zu einem Sechseck an. Der Kristall wächst. Diese sechseckige Struktur setzt sich beim Gefrieren in immer größeren und filigraneren Formen fort. Forscher unterscheiden rund 80 verschiedene Schneekristalltypen. Zu welchem ein Kristall heranwächst, entscheidet sich im Zusammenspiel von Temperatur und Luftfeuchte. Minimale Änderungen lassen dabei völlig andere Formen entstehen. Doch wie und warum ist noch ein Rätsel. Fest steht, bei Temperaturen unter minus 20 Grad entstehen weniger filigrane Strukturen wie Plättchen oder Säulen. Nadeln wachsen dagegen bei Temperaturen um die minus 5 Grad. Der beste Pulversteh besteht jedoch überwiegend aus sternförmigen Kristallen. Sie sind leicht und sorgen für lockeren Schnee. In den Alpen sind die Durchschnittstemperaturen in den letzten Jahrzehnten vielerorts gestiegen. Immer mehr Wintersportregionen setzen auf künstliche Beschneiung. Schneekanonen versprühen kleine Wassertropfen. Diese gefrieren in der kalten Luft und fallen als Eiskügelchen zu Boden. Kein Vergleich mit den von der Natur gemachten Schneekristallen. Ingenieure wollen nun naturidentischen Schnee herstellen. Dazu sprühen sie Nebel in kalte Luft. Die Wassertropfen kühlen ab und reichern die Luft mit Wasserdampf an. Die Schneekristalle sollen wie in einer Wolke direkt aus dem Dampf entstehen. Im Kältelabor einer Wiener Universität haben Forscher bereits Schnee ernten können. Winzige, sternförmige Kristalle. Vom Labor bis zur Piste ist noch ein weiter Weg. I'm dreaming of a white Christmas. Der gute Bing Crosby. Ja, Weihnachten muss weiß sein. Sonst ist es nicht richtig. Und wenn der Schnee nicht fällt, dafür haben wir ja schließlich Schneekanonen. Die machen Kunstschnee, obwohl es gar keine Kunst ist. Es ist Physik. Sogar hier im Studio haben wir Schnee. Allerdings aus Kunststoff. Ja, früher braucht man die Dinger ja noch nicht. Früher? Ja, früher, da war ja Weihnachten immer weiß. Also fast immer. Oder? Fragt man bei der Wissenschaft nach, stellt man fest, ups, seitdem wir das Wetter aufzeichnen, ist nur jedes fünfte Weihnachten weiß. Also statistisch gesehen. Für uns Mitteleuropäer gehören aber Schnee und Weihnachten trotzdem zusammen. So kann man sich täuschen. Ebenso kann man sich auch täuschen, wenn man mal genauer hinschaut, wie eigentlich der Winter und der Weihnachtsmann zusammenhängen. Für Kinder ist es die schönste Feier des Jahres. Es gibt Geschenke wie bei keinem anderen christlichen Fest. Viele hundert Jahre war das so. Doch wir reden hier nicht von Weihnachten. Es ist der 6. Dezember, der Namenstag eines ganz besonderen Menschen. Dem heiligen Nikolaus von Myra verdanken wir das große Fest des Schenkens. Der wahre Nikolaus lebte 400 n. Chr. in einer Stadt in der heutigen Türkei. Hier entfaltete er durch kleine Taten große Wirkung. Nikolaus war früh verwaist, hatte jedoch ein Vermögen geerbt. Statt es zu mehren, wurde er Bischof und verschenkte seine Reichtümer an die Armen der Region. Eine ganz besondere Geschichte machte ihn zur Legende. In Myra lebte ein Witwer, der zu arm war, seine drei Töchter zu verheiraten. Er konnte die notwendige Mitgift nicht bezahlen. Es heißt, in ihrer Verzweiflung habe eine der Töchter angeboten, sich für die Mitgift der Schwestern zu prostituieren. Nikolaus erfuhr von der Notlage der Familie. Er hinterließ heimlich ein Säckchen Gold, ausreichend, um eine der Töchter zu verheiraten. Noch zweimal kehrte er mit einem Goldsäckchen zurück und sicherte so die Zukunft der Familie. Beim dritten Mal wollte der Vater herausfinden, wer der anonyme Spender ist. Er folgte der Gestalt bis zur Residenz des Bischofs. Hier erkannte er Nikolaus und bedankte sich herfürchtig. Jedes Jahr am 6. Dezember feiern wir seitdem den Wohltäter. In den Darstellungen des heiligen Nikolaus erinnern drei Goldkugeln an den Menschenfreund, der einst seine Reichtümer an Bedürftige verteilte. Doch dann kam ein Mann, der alles veränderte, Martin Luther. Seine Reformen hatten eine Nebenwirkung. Den Kult um den Heiligen empfand Luther als Götzendienst. Allein Jesus Christus sollten die Menschen verehren. Das damals bescheidene Fest an Christi Geburt wollte er dafür aufwerten. Und er entschloss sich zu einem radikalen Schritt. Er verlegte kurzerhand das Fest des Schenkens auf den 25. Dezember, Christi Geburt. Doch das Volk nahm seinen Heiligen einfach auf das neue Datum mit. Im Laufe der Zeit verwandelte er sich in den Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen. Auch als Weihnachtsmann bringt der heilige Nikolaus seine Geschenke meist heimlich in die Häuser der Menschen. Wie vor Zeiten. Ob gerade der 6. oder der 25. Dezember ist, spielt für ihn keine Rolle. Advent entsprach ursprünglich dem griechischen Epiphanäa, also Erscheinung. Im Römischen Reich bedeutete das die Ankunft von Kaisern und Königen und aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel. Also Advent, das war die Zeit, wo man erwartete. Man war bei sich und bei seinen Lieben. Die Zeit stand nicht still, aber sie war still. Ja, heute ist ja der Advent eher lauter. Der Konsum schreit und lockt und wenn die Geschäfte geschlossen sind, dann gehen wir ins Internet. Ja, das hat ja auch Hund um die Uhr offen. Man kriegt alles immer zu und pausenlos. Und kurz vor der Bescherung, also quasi vor der Ankunft der Gottheit, da werden ja nochmal die E-Mails durchgecheckt. Dann wird natürlich sofort getwittert und gepostet. Zeit für uns, in denen wir still werden, sogar offline sind, ja die Zeit, die wird immer rarer. Wie wäre es denn, bei sich sein, zu sich zu kommen? Das wäre doch mal was. Und Advent wäre da ein guter Anfang. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und friedliches Neues Jahr. Abend zusammen. Abend. Abend. Abend.